Ja, natürlich. Ja, ja. Ein Kilometer noch. Da kommt wieder einer an. Nein! Nein, ihr seid doch so dumme, arschgesichtige Pissköpfe! Alter! Verdammt! Sind nur noch 800 Meter. Das werde ich ja wohl hinkriegen jetzt. Okay, man muss dazu geben, der LKW ist schon echt übel ramponiert. Wir werden auch immer noch verfolgt. Aber ich schaffe das. Okay, das war wieder einer von denen. Es sieht gut aus. Wenn jetzt nicht unfairerweise noch von vorne irgendwelche Leute kommen, dann haben wir es geschafft. Okay. Sehr schön. Jetzt bin ich aber gespannt, wie viel wir dafür kriegen. Oh ja, 15.000. Das sehe ich doch gern. Können wir eigentlich noch die Rentenemission hinterherhängen? Oder wir machen die Mission nochmal. Das ist mir eigentlich egal. Heißt das jetzt, dass der... Freier Modus? Nein, nicht freier Modus! Lass doch nochmal... Hier, genau. Einfach mal aktualisieren und gucken, was noch passiert. Hier, das würde ich gerne machen. Ballers Lieferung. Und scheinbar bin ich der Einzige, der das machen möchte. Wie sollte es auch anders sein? Ja? Bitte mache ich etwas schneller, damit ich Spiellobby erstellen mache. Ein Online-Spiel GTA Online. Ach ne, ich bin raus. Ja, toll. Da freue ich mich aber. Gut. Dann wollen wir mal weg. Keine Ahnung, warum ich jetzt rausgeflogen bin. Oder halt... In keiner Lobby gelandet bin. Mal ganz kurz mein, äh... Geld überweisen. Ja, bitte. Danke. Sollen wir dem Typen mal folgen? Gucken, was der vorhat. Obwohl, wenn der nicht richtig fährt... Dann fahren wir halt. Gucken, was der drauf hat. Warte mal, da hinten sind die anderen Pans. Dann will ich vielleicht mal zu den anderen Pans fahren. Begehrt. Da sind wir da ganz schön, damit sind dafür zu sorgen. Bla, bla, bla. Ne, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Da vorne ist auf jeden Fall einer von Pans. Da wollen wir doch mal hin. Gucken, ob wir dem irgendwie helfen können. Das war auf jeden Fall cool. Wo ist der? Ach, da. Okay. Auf geht's. Oh, wem gehört denn der schöne Heli da? Und hoch. 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 Sehr schön. Warum zum Teufel? Warum zum Teufel bin ich gerade kurz angevisiert worden? Vielleicht will der Pans auch noch mit. Vielleicht. Oh, oh. Ja, haha. Ich bin verrückt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Ja. Irgendwie war es klar, dass das passieren wird. Verdammt. Da hat man einen Hubschrauber auf einmal den Geist aufgegeben. Und ich weiß nicht, warum. Wer ist das denn? Ach, da unten. Ich würde gerne von dieser Brücke aus in den... ...ins Wasser springen. Einfach so, weil ich das kann. Da fast alle Pans sind weiblich. Okay, da unten ist kein Wasser. Das heißt, wir müssen in diese Richtung gehen. Steht der Hubschrauber noch da? Tatsache. Ah, der ist ja kaputt. Oh, ja. Was? Ja, okay. Ja. Okay. Da war das Wasser wohl nicht tief genug. Hm. Schau eine Kackisch. Da bin ich einfach schon von der Brücke. Bin ich in die Wasche, aber dann kaputt gegangen. Schau eine Kackisch. Wo ist der andere hin? Wo ist die andere Pan hin? Das Auto hier ist ausgebrannt. Aber mit dem kann man noch fahren, oder? Ja, aber die Reifen sind platt. Da hinten fährt sie. Wollen wir einfach mal hinterher. Einfach mal gucken, wo sie hin will. Oder er oder sie oder das. Ich hab doch keine platten Reifen an der Karre. Lässt sich aber echt ein bisschen komisch steuern gerade. Kommt mir aber ein bisschen langsam vor. Wo will der die das hin? Wo willst du hin, meine Schöne? Fliegen? Ja, sieht nach Fliegen aus. Okay. Vielleicht nimmt sie mich ja mit. Ich mein, wir sind eben auf jeden Fall nicht abgestürzt. Es war halt nur so, dass ich gegen ein Schild geflogen bin. Der Motor auf einmal angefangen hat zu brennen. Und dann... Ja. Ja. So war es halt. Ey, Wagen kommt mir echt total langsam vor. Das war eine coole Aktion gerade. Ich will die Gangmitglieder nicht ausschalten. Ich möchte fliegen. Na... Natürlich. Natürlich. Kommt schon. Kommt schon. Zack. 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 In dein Gesicht. Immer wieder in dein Gesicht rein. Oh oh. Ja. Passt. Insgesamt elf Kills gemacht und dabei sieben Kopfschüsse. Alter Schwede. Das nenne ich doch auf jeden Fall mal eine vernünftige Bilanz. Äh, Bilanz. Ja, eine vernünftige Bilanz. Show. Eifel Show. Top Fun. Ne, Top Fun machen wir jetzt nicht. Ich möchte fliegen. Hoch und schnell wie ein Vogel. Möchte ich sein. Mal gucken, wo die anderen Pans noch umlollen hier. Obwohl. Das war knapp. Öffne. Da geht es runter. Ich habe das Fahrwerk extra angelassen. Äh, aufgelassen. Hätte der im Prinzip noch auf seinen Reifen landen können. Boah, was ist hier los? Hier passiert gerade echt ein bisschen viel. Aber okay, mich soll es nicht stören. Ich werde mir mal hier so ein Jeep nehmen. Und werde mich mal zur Absturzstelle vom Flugzeug begeben. Gucken, vielleicht kann man das da sehen. Weil explodiert ist es nicht. Das heißt, es muss auf jeden Fall im Wasser gelandet sein. Hier irgendwo. Das wird man jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr sehen können. Da hinten fliegt ein Pan rum. Das ist noch ein Hubschrauber. Und hier sind die Bullen. Ah, ich verstehe. Okay. Der hat die Bullen am Arsch. Wollen wir mal gucken, ob wir hier einen Fluchtfahrer für den spielen können. Ist er jetzt im Wasser gelandet. Okay, was wir eigentlich auch machen können. Wir packen uns schnell das Boot hier. Fahren mit dem Boot rüber. Sammeln den ein. Und hauen dann ab. Ich hoffe, der checkt das. Okay, der ist übelst am rumglitschen. Komm, komm. Komm schon rein. Was machst du? Und weg hier. Sehr schön. Warte mal, wo steht denn mein Auto rum? Ach, das steht irgendwo da hinten. Dann müssen wir gucken, dass wir da vorne ans Land gehen. Oh, ein bisschen schneller fahren. Mehr. Ich habe hier. Ja.